Servus ihr zwei, warum habt ihr Schuhe in der Hand? Wir gehen uns jetzt umziehen fürs Festzelt. Ja, wir müssen halt mit Gummistiefeln rumlaufen, das ist jetzt nicht so. Warum? Ja, es ist ein bisschen nass auf dem Zettel. Hier steht ungefähr alles unter Wasser. Das ist ganz schlimm dieses Jahr. Man muss ein bisschen aufpassen. Also ohne Gummistiefel geht glaube ich gar nichts dieses Jahr. Obwohl die Sonne so schön scheint, ne? Ja, das stimmt. Aber die letzten Tage hat es halt viel geregnet und dann war der Platz jetzt nass. Ich sehe hier hinten auch geile Kombinationen von oberkörperfrei, kurze Hosen und Gummistiefel an. Ist nice. Wird man wohl dieses Wochenende öfter sehen, glaube ich, oder? Vermutlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, warm ist es. Warm ist es echt. Aber nass halt, ja. Schlaft ihr auch hier, oder? Selbstverständlich. Ja, na klar. Ernsthaft? Ja. Habt ihr irgendwie noch was runtergelegt unter das Zelt, oder? Ja, halt nur so eine Plane, aber das passt schon. Habt ihr gedacht, dass es so krass wird? Äh, also wir wussten ja, dass das Wetter unbeständig ist, diese Tage. Aber, äh, dass es jetzt alles so nass und so unter Wasser ist, hätten wir jetzt eigentlich nicht gedacht. Aber wir machen jetzt das Beste draus. Ja. So machen wir das. Ja, zur Denkelspiel dazu. Genau. Sehr gut, so machen wir das dann. Viel Spaß heute Abend und die nächsten Tage. Danke. Und bleibt trocken. Ja. Ja, danke schön. Wir versuchen es.